Rote Rosenvorschau für Folge 3273 Mit Merlis Hilfe setzt Gunther seinen Plan um, Nester des geschützten Kiebitzes auf dem Golfplatz-Baugelände zu verteilen. Tatsächlich verweigert die Baubehörde daraufhin die Baugenehmigung. Jedoch hat Carla die beiden auf dem geplanten Baugelände beobachtet. So dass David die Vertrauensfrage stellt, steht sein eigener Vater hinter dieser Sabotageaktion gegen ihn? Weil Tatjana hinter Monas Rücken deren Regal durch eine Fremdfirma produzieren lassen wollte? Kündigt sie Tatjana enttäuscht die Zusammenarbeit. Bens Rückenleiden hatte massive Auswirkungen auf sein Sexleben mit Tina und macht überdies die Arbeit am Chopper für Richie Sky unmöglich. Simon kann im Gespräch mit Ellen keine neue berufliche Perspektive finden. Doch als er Ben beides in Rückenleiden hilft und Sarahs aufopferungsvoller Pflegearbeit im Krankenhaus erlebt, erwacht in ihm zu Ellen's erstaunende Berufswunsch Psychotherapeut. Hannes liefert Merle zuliebe eine Kiste von Walders Hof aus. Er wischt jedoch die falsche. Prompt fehlen die Kartoffeln für den Salat. Von der Gaweindleidäuten